Big Brother. Jetzt kehrt das Kultformat zurück. Mit einem Jubiläum. Die 10. Staffel startet am 11. Januar. Die Mutter des Reality-Fernsehens hat Fernsehgeschichte geschrieben. Damals im Jahr 2000 löste das Format eine Welle der Empörung aus. Heute ist es aus dem Fernsehalltag nicht mehr wegzudenken. Und die Macher versprechen mit der 10. Staffel das größte Big Brother aller Zeiten. Der Beweis wird am 11. Januar angetreten. Bereits die Eröffnungsshow soll alle bisherigen Startsendungen in den Schatten stellen. RTL 2 verspricht mit dem Motto, jeder hat ein Geheimnis, große Überraschungen und noch mehr Unterhaltung. Denn es gibt ein Novum, das vor allem die Fans begeistern wird. Erstmals wird Big Brother bei RTL 2 sieben Tage die Woche ausgestrahlt. Big Brother 10 startet am 11. Januar bei RTL 2.